Mir wurde mitgeteilt, wir haben wieder ein Gadget da, wofür ich einen Akkuschrauber brauche und ich hoffe es ist nicht wieder so ein Selbstmordding wie das Kettensägen-Ding oder für den Winkelschleifer dieser Aufsatz. Also es ist schon mal ein Blech. Sollen wir das damit schneiden können? Oh nein. Ich schätze mal, das soll zum Blechschneiden da sein. Immer schön Anleitung lesen. Das da rein, so. Ich spann's jetzt erstmal ein. Ausprobieren. Also das ist ja schon recht dünnes Blech gewesen, das ging durch wie Butter. Haben wir jetzt mal ein bisschen was dickeres hier aus Stahl. Mal gucken, ob er das noch mitmacht. Ich bin auf jeden Fall mega begeistert. 9 bis 9,5 Punkte kriegt das ganze Gadget von mir. Bei dem dicken Material hat das schon ein bisschen verkannt und manchmal verkeilt. Ist okay. Das Ding ist ja auch für Bleche gedacht und da hat es wirklich komplett einen Job erfüllt. Bin ich auf jeden Fall ein dicker Fan. Geiles Teil.